Ich kann es nicht glauben, dass ich wirklich Golfwit heute spiele. Warum denn nicht? Das ist ein lustiges Spiel. Weil ich gestern Toro verarscht habe, als er nicht zum Golfspielen. Ja, aber Golf und Minigolf sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Das stimmt allerdings, ja. Das eine ist das, was mehrere Gruppen miteinander machen und Spaß haben, wo man lachen kann. Das andere ist das, wenn du relativ alt bist und dir langweilig. Ist beim normalen Golf nicht sowieso die Tatsache so, dass du einmal den Ball schlägst und danach dann besoffen fünf Kilometer mit einem Caddy fährst? Mit dem normalen Golf schon, ja. Aber Minigolf kann echt lustig sein. Ja, aber sind wir realistisch? Theoretisch könnte man Mario Kart einfach als Golfspiel bezeichnen, weil der Hauptaspekt des Goldens mit vorhanden ist, dieses Rumfahren. Alle Golfspieler im Chat fühlen sich gerade offended. Das ist ein Spiel, das einfach nicht auf 100% Music Volume startet. Allein dafür liebe ich dieses Spiel schon. Ich wette mit dir, Dalu wird sich gleich am Anfang der Runde wieder über den Sound beschweren. Aber das ist doch Standard. Also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Oh lol, bei mir kommt ein... Ja, man hört sogar. Hallo, Polizei. Cool. Ich hoffe nicht, dass die mich holen. Es sei denn, die haben so einen großen Transporter dabei. Ich habe keinen Bock, in so einem Audi mitzufahren. So, wie muss ich das jetzt machen? Das ist erstmal das Spiel. Da kann keiner verlieren. Was muss ich machen? Das ist das Intro. Gar nichts. Wer ist wohl der Salzstreuer? Mit linker Maustaste gedrückt halten, kommt der Schläger raus. Und dann musst du ihn von nach hinten ziehen. Und abhängig davon, wie fest du nach vorne drückst, so ein festes Schläger drückst. Und wie ziehe ich nach vorn? Oh Gott. Oh, die Wawa war wirklich safe. Oh nein. Die hätten wir mit einmachen können. Hätte man müssen. Ich bin irgendwo runtergefallen. Da hätte ich, glaube ich, nicht runterfallen sollen. Oh, ich bin gemutet. Ich war die ganze Zeit voll verzweifelt und hätte Hilfe gebraucht und war einfach nur gemutet. Ich muss in dieses Loch, ne? Ja. Ich warte, bis ich hier jemand reinschieße. Nein! Das ist doch nicht Billard! Einfach schon. High like! Ich habe einfach Billard gespielt gerade. Also gut gemacht. Ja, ich will euch ja nicht helfen. Oha! Wie hoch man... Das war ein guter Flug. Warum rollt er denn so langsam? Wie kommt man jetzt da hoch? Also du musst halt wirklich schlagen, ne? Nicht langsam nach vorne gehen mit deinem Haus, sondern... Ja, ja. Wie darf ich sagen? Mich. Ich bin zurückgerollt. Das ist... Ich bin so weit zurückgerollt. Das ist schon unglaublich. Ich kann dir eine Karte aufschreiben. So weit bin ich weg. Nein! Nein! Das war so knapp! Alter, kannst du aufhören, mich anzuschubsen? Wie auch immer daneben jetzt? Warum hat er eine schwarze Kugel? Oder ist das einfach nur so angezeigt? Bei mir wird auch alles schwarz angezeigt. Ist eine Standard. Man kann das... Kann man das jetzt noch ändern? Ich weiß gar nicht. Ich bin einfach zu schlecht. Ich war so und jetzt... Ich... Ja, kann man noch. Ich... Oh... Ich schaff das nicht. Ja, das ist Minigolf. Hast du echt schon mal Minigolf gespielt? Ja, das ist circa zehn Jahre her. Da warst du ja noch ein Kind. Zwölf? Krieg ich extra Punkte, weil ich... Ich würd dir sofort welche aufgeben dafür. Ich würd dir sofort welche aufgeben dafür. Eigentlich für Items auch welche. Irgendwie spiel ich die ganze Zeit Billard. Und ich weiß nicht. So einfach nur drüber böllern. Ja, kein Problem. Easy. Oh, ein bisschen zu weit. Man, ich krieg das hin. Oh, ein bisschen zu weit. Ja, 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 ja. Lass dich ja nicht irgendwo wegstoßen. Jawoll! In sechs Stößen. Bisschen zu weit. Okay, wo ist es hin? Ja, ich bin komplett am Spawn. Ich glaube nicht. Stimmt mich einfach vorbeicheaten. Okay, den kann ich nicht. Nein. Ich muss das denn da hoch? Ja, ja. Hä, wo muss ich denn hin? Das war aber auch ein ziemlicher Scan gerade. Ja. Oh, ich bin doch ins Wasser gefallen. Okay. Auch richtig. Oye. What? Ja. Und jetzt? Ja. Da, wo der Fall ist. Nein, 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 nein. Falsche Richtung! Falsche Richtung! Nein, 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 nein. Ich hab ne Menge. Alter, sehr gut. Wo muss ich denn jetzt hin? Alter, das war mal die G encke. cool das war noch mal der unterschied zwischen alligatoren her war das war das falsch nein das war richtig das blaue gitter ist das ziel hier kann man rollen ja mit w a s d müsste lenken denn 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 so ich kann auch springen und springt nicht warum dann wäre doch voll ich habe gedacht so das crazy wir hatten so einen dinosaurier mini golf park und er war also das ist sicher voll cool wenn es gut umgesetzt ist aber das war einfach nur normales mini golfen mit so vier billigen dinosaurier statuen neben den mini golf anlagen also das war ich mache mich macht das so nervös dass holler immer so knapp vor mir ein loch ja und ich hab dich gesehen wie du vor mir eingeloggt hast und das finde ich schön aber warum nicht ja weil es mich stresst weil ich dann sehe wo ich halte ich habe mir vorbeigefahren nein nein alles gut du motivierst mich über mein eigenes also meinen eigenen skill level zu improven man sie nichts draus da du steht immer noch am start also ich bin schon wieder an vier und ich bin komplett drüber rüber geschlittert ich warte noch irgendjemand wird mich vielleicht anstupsen und reinhaut komm schon komm schon komm schon komm schon wenn ich der letzte nee dann gibt es immer noch eine chance auf mich und reinpuppst das alles gut wie kann man denn da hängen bleiben oh nein du hast mich geblockt sogar auf facebook ich bin ja nachgeschafft ich habe gesehen dass ich muss auch nicht die kontrolle verlieren irgendwie speed auf zu seite gucken und a drücken oder d drücken aber das geht hier nicht weil es halt super zu eng ist wo ist denn das loch da ist ein jumpschild nein das war zu früh ist das eine horror map ich habe eher gedrückt leider das gesicht das da kam gerade kam aber glaube eine werbeanzeige alter wie scary ist das denn ich bin dieser kacke ich freue mich auch immer runter geschmissen hat danke für den kontakt nein ich warte bis ihr durch seid das hat ja gar keinen sinn so okay ich bin auch einfach alleine schlecht ohne dass ihr super cool bitte nicht bitte nicht ich bin aber das sind kunstspinnen da wenn man nicht schlägt kommen die auf klasse das unkommentiert nein oh gott das war zu viel hass was denn ich bleibe doch nur stehen okay das war die falsche richtung ich habe gewartet dass mich jemand ins ziel schmeißt und du hast das gegenteil getan genau das war der plan jetzt wartest du an meiner position das ist aber okay ich rufe es meine mutter an was der spiel mob mich eindeutig gibt geld an die entwickler oh kontroll de ball wie es die eis die eis die eis die gold wie geil ist das denn was hat der dude der diese dings gemacht hat denn genommen das ist wahrscheinlich den in-game-editor für die lebe hat er hätte das ist ja 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 acht strecken aus michael geschieb nein da ging es gerade aus natürlich ist das ein panzer und Das ist doch der erste Schlag für Starling. Schon tricky. Alleine die letzte Map, die ihn noch mehr gekostet haben, als die ganzen davor. Obwohl das mit dem Winterwunderland und dem Übergang auch geil war. Ja. Auf dem roten Teppich hat man irgendwie verloren, hab ich das Gefühl. Der Artrick. Ich mach den Artrick die ganze Zeit, um das zu starten. Aber du bist grad so für die Brücke da und dann bist du trotzdem ein bisschen zu wobbly. Okay, das könnte passen. Julie ist drüber gekommen. Ja. Weiter, wo man fahren muss. Ah, okay, das war zu viel Liebe. Geht zu Armory. Das war immer noch zu viel Liebe. Garden. Das war besser. Wo ist denn das Loch? Achso, es gibt zwei. Ja, wo muss ich hin? Wuhu! Nein! Bin auf der Borgmauer! Was fragt mich hier? Was denn? Ich kann nichts machen. Holla, magst du mich mal anschubsen? Nö. Ja, ich auch bitte. Ich weiß nicht, wo das Loch ist. Nee, aber ich hab dich auch angeschubst. Hier, das ist voll der awkward Weg. Ja, nein, das ist die falsche Richtung! Was war das denn? Holla, guckst du mich raus. Lass mich hier rein. Lass mich hier reingemacht. Das kann doch nicht sein jetzt! Halt, bin los! Nein, 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 nein! Nach links, nach links, nach links! Komm schon, komm schon! Zählt das noch? Das gerade für ein Maschinengewehr. Oh, das ist eine Pflanze. Die nom nom nomt einen. Warum hat die mich nicht nom nom nomt? Die kann halt nur einen Geister erinnern. Was macht die? Ist das ein Warner? So, Juli. Jetzt schön rein in den Dufig. Warum Pflanze mich ignorieren? Hallo, ich liege direkt vor dir. Hallo. Warum mich? Wohin denn? Ich sehe nichts. Nein, den ist glaube ich nur Sachen, die sich bewegt haben. Der letzte. Wir warten hier einfach. Holla hat mich gerade eingeholt. Ihr werdet nun alle wegfliegen. Ich war in der Armory. Nein! Ey, ich bin komplett hinten, Alten. Was ist das denn für eine Kaffee jetzt? Oh Mann. Ich bin komplett umgeblich. Leute, jetzt geht es um die Wurst. Ne, das ist die letzte Runde, da geht es um gar nichts mehr. Ja, nein, das ist einfach, ich kann mir noch den dritten Platz holen. Wie ist es zu Ende? Nein, wie ist es zu Ende? Die letzte ist oft einfach nur noch eine Danksagung von... Ja, aber ich glaube hier nicht, weil die hat ein paar sechs. Also ich glaube, die wird bespielt. Oh, es kommt noch ein Rennen. Warum ist hier schon los? Weil ich Speedy González bin. Da wird's erst nicht im Trend. Ja, ich auch. Nein, 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 nein! Ich bin zu, bitte, bitte, lass mich durch! Ich muss da jetzt... Performen. Ich will nicht Platz 4 sein. Nein! Okay, wir schaffen das, Leute. Leute, ich brauche jetzt eure Energy-Chat. Ich möchte auch Energy. Nein, man muss, man muss ja den Huf spielen. Komm schon, komm schon, ja! Hä? Ich krieg's nicht hin. Nein! What the fuck? Was das denn für ne... Ich würd mir halt so gern die Map anschauen, aber ich hab keine Zeit. Ich bin doch am Anfang. Oh, das ist fies. Das ist ein fieser Boot. Lässt sich gehen, seit da vorne ist. Ich krieg's nicht hin. Ich bin bei Star Wars. Wie habt ihr denn den dritten Jumper gesehen? Seitlich. Was ist das? Das kann nicht richtig sein. Oh, das ist schön. Wow, ich muss das gerne angucken. Fast, Leute, fast, fast, fast. Okay, diesmal haben wir's. Ahem. Der hat sich nochmal voll ausgetumt, ey. Nein! Ein Vorfall nach dem anderen. Hä? Ist das... Hä? Was? Soll das? Oh, ich hasse es. Toss? Oh, Tippi-Win nicht seht. Uuuuuhhhhhhhhhh. Komm, gib mir nochmal Speed! Nee, 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 nee. Nene, nee, 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 nee. Konzentration, we can do it, Chester. Ola, ist zu langsam. Oh Gott. Wo ist meine Musik? Boah, ich kann das ganz schlecht sehen hier. Im Weltall. Bei Pia. Ich kann nichts mehr steuern. Da steht, thank you for prall... Ich kann nichts mehr steuern. Ja. Nein, jetzt hat sie vorne gewonnen. Das kann nicht sein.